Ja, hallo liebe Freunde der Volksmusik, schön, dass Sie es auch wieder hergeschafft haben ins Erste und natürlich wunderschönen Hallo und herzlich Willkommen an unsere Zuschauer, die wieder live dabei sind bei dem ersten Brütti-Bee-Liveshow mit der Volksmusik des Herzens. Wir schaukeln alle mit, eineinhalb Stunden pure Gänsehaut für Sie und für uns. Ja, durch diese Sendung begleitet uns natürlich wieder der Herr wunderschöne Alexander Schicklbree, der das auch sonst immer wunderschön gestaltet. Denken Sie nur an die Sierra Madre-Sendung, wie schön sie war. Und jetzt sind noch zwei Minuten zu runterzählen. Der Countdown läuft schon fernlich. Oh, ich hab mich vertan, es ist schon gleich soweit. André Schicklbree steht ja schon auf der Bühne. Sie sehen schon die Wartungsvolle Gesichter der Menschen und Sie, die zu Hause sind, bestimmt auch schon angespannt. Was wird uns heute alles präsentiert? Welche Musikstückchen, welche Schmankerl kommen hier noch zur Schau? Gleich in ein paar Sekunden werden wir es wissen, wenn Alexander Schicklbree uns die Crème de la Crème präsentiert. Also, auf geht's, worauf hat man noch? Grüß euch! Grüß euch! Ja, grüß dich! Ja, du, Simpel! Du grüß dich! Grüß euch! Ja, grüß euch miteinander! Ja, danke, danke! Ja, grüß euch! Grüß euch! Ja, hallo, hallo! Ja, hallo allesamt! Ja, hallo, Servus! Ja, grüß dich! Du auch! Ja, hallo! Grüß euch! Grüß euch! Ja, hallo! Wunderbar! Standing Ovation schon am Anfang, so sind die Sendung natürlich super! Vor allem, ich danke euch alles! Ja, danke, ja, danke! Jetzt hat er aber, jetzt verrät sich's! Hört's doch auf! So, ja, jetzt könnten wir dann auch mal anfangen! Ja, grad zumpft ich, dass ihr jetzt alle hierher geschafft habt! Sogar Leute aus Zwickau, hab ich gehört, sind heute hier, oder? Ja, da hört man sich, hallo, hallo! Selber weit weg aus der Entfernung von zu Hause hierher nach Bayern! Wunderschön, ihr habt das geschafft! Und wir wollen euch auch nicht lange auf die Felder-Folter spannen! Hehe, kleiner Versprecher am Randi! Gell, da fehlt halt mal wieder der Schnaps-Inthus! Und schon der erste Brüller des Abends-Bahn-Sinn, gell! Das wird nicht der einzigste sein, da wird schon was Lustiges! Das wird richtig lustig noch! Das verspreche ich euch, solange ich... Genau! Also, ich würde sagen, unsere erste Band, die lässt auch nicht lange auf sich warten, hatten 1993 ihren ersten Hit und jetzt, im Jahre 2011, blühen sie nochmal richtig auf, die Schornsteinfeger-Bursch! Ernst aus Kassel, ja, eines der besten, qualitativsten, hochwertigsten Trio-Bands, die es jemals gab! Leider ist nur einer heute von Ihnen da, aber nichtsdestotrotz, super Stimme, super Qualität! Einfach reinhören und genießen, zum Mitschauken und vieles mehr! Wir haben ja noch einige an Überraschungen für Sie hier parat, aber soviel vorweg schon genommen, wir wollen ja noch nicht alles verraten! Jetzt die Schornsteinfeger, beziehungsweise der Schornsteinfeger! Haha, ist ja nur einer! Schon wieder der zweite Schenkelklopfer geholt, bin ich lustig drauf! Okay, los geht's mit den Schornsteinfeger! Lustig ist es, wenn man geht und den Nachbarn-Burm verschlägt, ja, der hat's verdrinkt, der Saar, kriegt voll eins ins Genackt! Ich frau' meinen Augen kaum, fliegt den Bein an der Fütterstall, jetzt ist Party angesagt, Tittenmonster kommt heran! Hula, hula, na, du bist kein Tittenmonster, ne, erstrein! Setz dich wieder, geh! Du bist ja so ein richtiges Flieb! Ah, dann lass mich los! Nein, ich wollte die Blache auf und die verdammte Wildung zurück! Ja, mei, da ist es ein bisschen rumgegangen, gerade! Jetzt müssen wir ein bisschen unterbrechen, geh! Gute, da war doch, der gute Scherche ist jetzt! Ja, genau! So, jetzt müssen wir mal weitermachen, geh! Also, wir haben ja ein volles Programm, jetzt da mussten wir leider eine Entschuldigung, geh! Also, wir müssen ja ein bisschen unterbrechen, geh! Denn, ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, Letztens war ich in der Disco, geh! Und dann stand ich an der Bar und, ähm, da kommt eine junge Dame auf mich zu und sagt, äh, ich kenne Sie doch, Herr Alexander! Und ich sage, ja, natürlich kenne Sie mich mit vor einem Zunahmen! Den Schenkelkopf auf vorne! Das lockert immer die Stimmung auf! Also, wahnsinnig! Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt einen richtigen Schmankerl! Erste Sahne! Also, jetzt für alle, für alle etwas Älteren unter uns, also, ich zähl mich natürlich auch schon zu den reiferen Leuten nicht, dass ich jetzt meine, ich schließe mich da aus! Nein, überhaupt nicht, nein! Ja, genau! Hallo, hallo! Ja, Sie sind sehr wund! Genau, wir, wir verstehen uns für zwei da vorne, geh! Genau! Ja, und jetzt war's eher für die jüngeren Leute, haben wir mal gedacht, laden wir mal auch ein bisschen was Moderneres ein! Und darum kommen jetzt die Trensegräscher! Das ist so ein Band, die macht so ein bisschen modernere Musik, so ein bisschen knackig, Sie können trotzdem alle mitschunkeln! Es ist wunderbare Musik, einfach und musikalisch, es ist ein bisschen was anders! Aber es soll mal ja auch mal was Anregendes sein, vielleicht eine Anregung, dass Sie im Zwischen mal was anders anhören! Ja, wie wär's? Ich lade Sie ein, sozusagen jetzt mit mir zusammen, eine Premiere beim Volksstadler-RP-Eck, also, direkt mal was anders zu hören! Und danach natürlich keine Sorge, immer wieder das alte, wo immer, geh! Wir haben noch die klassischen Schranzer, geh! Ja, geh, 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 da freien sie sich schon drauf! Aber jetzt hören wir erst mal hier die neue Band, geh! Also, auf geht's! Zwei! Und... Wichsi! 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 Jetzt, die machen! Wichsi! Ein bisschen verkiemelt, die in your power-pokese! Na, komm schon! Handena, die in your name ra voller! Du bist cool'n' Ja, dankeschön, dankeschön, die Haltrasten, die Wichseflecken, genau, also nochmal einen kräftigen Applaus für die Herren. So, jetzt kommen wir auch schon, oh, es ist heute wirklich knapp, das Programm, meine Damen und Herren, wir haben fast keine Zeit, es ist eine Band auf der anderen Seite, wir haben solche super Bands, wir haben kein Geld, gar nichts geschont, um in die besten Bands der Bands zu bringen und zu präsentieren. Dass sie Gaudi ohne Ende haben, heute wollen wir es krachen lassen, ich habe gesagt, wenn schon, wenn schon wieder hier in Bayern, dann richtig, dann lassen wir es krachen, dann lassen wir die Gaudi noch spielen und alles mögliche und dann würde ich sagen, wir machen gleich weiter mit der nächsten Band, da fehlt mir noch einen letzten Sonntag, wissen Sie, da stand ich in meinem Garten draußen, ich, ich, stand draußen und ich sagte noch zu euch hier, zum Wully sagte ich noch so zu mir, pass einmal auf, also wenn heute ist, wenn es regnet, ja, dann kann es sicher sein, das Loch ist zu, das war jetzt einer, so der unter der Gürtellinie von den Witzen, gell, aber die anderen, die Erwachsenen unter Ihnen haben das schon verstanden, Ja, gut, also, wird Zeit, dass wir wieder zu ernsteren Sachen kommen, oh, der Dankeschön, da wird mir gleich schon ein Spumantik erreicht, mhm, ein Gude, ach, der ganz der Gude, da könnte ich ja drehen, also, folgendermaßen, die nächste Band, genau, die junge Dame im Publikum schaut mich schon so an, ja, ja, mit diesem Friedhofsblond, diesem Schicken, ja, wunderschön, schauen Sie aus, wunderschön, Ich glaube, Sie waren schon öfters bei uns, oder? Ja, brauchen Sie nicht antworten, ich weiß schon, ich kenne Sie schon so, so, passen Sie auf, folgendermaßen, die nächste Band, ähm, auch wieder ein bisschen moderner, wie gesagt, ähm, wir haben ja im Potpourri heute, sozusagen, in der Meister zusammengestellt, und, äh, jetzt kommen die Ego Chambers, äh, die Ego Chambers heißen die, upsala, ein bisschen versprochen, kann vorkommen, Ego Chambers, hören Sie sich an, sie wird Ihnen jetzt gefällt, die Dame da vorne, hören Sie ja schon, wie sie ausrastet, hören wir nicht, ja, hallo, hallo, kannst gar nicht mehr am Atmen, was ist denn da los, hä, was haben Sie denn, hä, ja, gut, dann fangen wir mal an, würde ich sagen, oder, Ego Chambers, jetzt live auf der Bühne, schauen wir es uns an, oder? Packmas! Äh, Ja, also, wow, ja, gut, also, wow, ja, he, he, ja, wow, ja, wow, ja, gut, ich komme gleich zum nächsten Akt, sozusagen, Action, sozusagen, wie wir in Hollywood immer sagen, gell, bad the Hollywood, baby, und so. Ja, wir lassen es ja gemütlich angehen, aber heute ist das Programm so voll, dass wir gleich zum nächsten Akt wieder übergehen müssen. Sie wissen im Scheide Akt, also nicht den Akt, den Sie meinen. Halt einmal so viele Schenkelklopfer schon herausgekommen, also wir wissen, nein, stop action fast hier, wie man immer den Actionfilmen bei einer Hollywood sagt, gell, aber hier ist, äh, die Stimmung. Also wenn Sie, Sie sehen Sie ja, von Ihrem Fernseher, Sie sind bestimmt auch schon schweißgebadet vor Lachen und hier, also im Publikum, die Leute beigeln sich auch vor Lachen förmlich, es ist so lustig. Also ich würde sagen, wir kündigen jetzt, also ich kündige Ihnen den nächsten Ektar und danach kündige ich. Okay, aber lassen wir das jetzt mal, weil sonst kann man nicht mehr vor allem vor lauter Lachen gehen. Weißt du, eigentlich hätte ich mein Ziel verfehlt, ich hätte eigentlich eine Comedian-Star werden sollen oder sowas. Ja, bitte, jetzt passen Sie auch. Die nächste Band ist ein bisschen außergewöhnlich. Da ist so manche, manche Ohren, würde man fast sagen, es ist ein bisschen fremd. Also jetzt ist es Zeit, wirklich sich zurückzulehnen, vielleicht ein Glas Wein einzuschenken oder ein Humpen Bier und loszulegen. Also sich zu entspannen, zu relaxen, die Füße hochzulegen, es runterzulassen, die Brezel ein bisschen anzukauen und dann genießen, ein bisschen lauter schalten. Legen Sie sich jetzt zurück, denn jetzt kommt wirklich eine einmalige Musik-Kombo, kann man sagen. Eine Musik-Kombo. Sie kommen aus Rebutski, also da kommen jetzt sehr viele her aus Rebutski. Meines Erachtens kommt da sonst fast niemand her. Das kommt vielleicht daher, dass die dann auch alle verschwägert sind irgendwie, aber das ist eine andere Geschichte. Rebutski, jetzt passen Sie auf und machen wir genau. Also Rebutski, super Band und gleichnamig heißt die Band auch Rebutski. Dann seht ich es ja nicht erwähnt, oder? Ganz klar. Also, Sie sind ready, Sie sind für Sie heute da und jetzt live für Sie Rebutski. Wir sind so viele Male durch den Bild der Blumen in einer Wiese des Kreisbergs mit drei Zähnen. Ich hatte schon vorher diese Gedanken. Ich leb im Kreis, als ich wusste, dass ich geboren wurde. Und der Tee, der mich über den Schoß gekippt wurde, war kalt wie die Arktis. Ich schwimme im Kreis des Lebens, ohne den Zähnen darin zu sehen. Ich bin hier unten, weit unten. Sehst du mich? Ich, ich seh mich nicht. Das kann doch nicht sein, dass du mich schießt. Ich zerreiße mich in der Luft und teile mich in fünf Schnitzel, bis ich keine Hand mehr sehe. Und wenn ich sie nicht mehr sehe, dann nehme ich meine andere Hand und beiße in den Kuchen. Und nun, der Kuchen kann mich ja lösen von meinen Schmerzen. Ich bin morgens der Weckerklingel und ich angeblich zur Arbeit soll. Aber ich kann doch gar nicht zur Arbeit, denn ich habe keine Hand. Das ist ein Schnitzel. Ein Schnitzel. Diese Kaugummis, überall liegen sie rum. Man kann sich so viele in den Mund stopfen, wie man will. Woher kommen die? Ja, kein Bursches, jetzt ganz einmal ganz ehrlich, ja. Also, welches Arschloch, welches Arschloch hat denn hier die Programm... Ach, wir sind schon wieder... Ja, hallo, wir sind schon wieder drauf, höre ich gerade. Gut, ähm, ja, das war wie die anderen Sachen auch sehr interessant. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter das, was hinter uns bringen, oder? Ja, also, ich bin noch völlig mitgenommen von der letzten Nummer. Die war sehr beeindruckend, danke. Ja, sehr beeindruckend. Gut, ich würde sagen, wir machen weiter. Die nächste Band heißt die... Grandismo-Flüchten. Was ist denn? Äh, ja, egal, wir machen weiter die Grandismo-Verfluchten. Und viel Spaß mit den Grandismo-Verfluchten. Ich verabschiede mich schon von Ihnen heute. Ich hoffe, es hat sich soweit gefallen. Das ist nämlich die letzte Band zum Glück... Äh, das ist die letzte Band. Und, ähm, wenn Sie mögen, schalten Sie wieder ein, wenn es uns noch gibt. Ja, also, ich hoffe, es war zünftig und Sie haben Freude gehabt. Also, bis dennne. Äh, ja, Sie wissen schon. Ja, wir sind die letzten anscheinend heute auf dem Programm. Kein Problem, denn wir wollen doch erstmal das Lichtchen ein bisschen, oder? Hehe, gleich viel gemütlicher, wenn wir alle zusammenordnen und die Händchen halten. Und jetzt dann gleich das Licht der Armee anzünden. Haben wir alle Feuerzeuge, denn es ist die Zeit. Die Zeit ist... Die Händchen ist endgültig am Ende, jetzt reicht's hier, Arschlöcher. Alle raus, alle, alle raus. Die Mix-Griffel hier, alle geht's jetzt mal raus. Also, meine Damen und Herren, ich sorge original dafür. Nächste Woche normale Show mit Hansi, ja. Mit dem Silver Wings, weil ich wüsste schon, mit dem 30-Hund. Und das wird richtig gut, zünftige, gute Volksmusik. Also, in dem Sinne, wir sehen uns nächstes Mal. Servus.